die kollekte ist fast fertig und ja wir haben wahrscheinlich gehört wie ich ich sekte gesagt habe keine ahnung wie ich auf die sekte so metzgerei ausbauen weil wir haben mehr als mit körper kleidung sollte kein problem sein sauberkeit auch nicht das lagerhaus ist voll schon unterwegs unsere eingangsbereiche sind gesichert das lagerhaus ist immer noch überfüllt sie da streiken ach so sie haben kein essen gerade ja es ist wirklich gerade ein riesen problem mit meinem neuen titel werde ich euch und den himmel dienen oder soll dann so die können nicht da liefern nachschicken wir einfach dass ein karl wurde ausgesandt beschützt dies ja das taktisch klügste wäre es als nächstes das lagerhaus auszubauen eine eisenmine wird bald erschöpft sein gut dann brauchen wir wenigstens die nicht mehr mit nahrung versorgen so fisch sollte unterwegs sein was ich halt machen könnte welche und zwei kuhfarben aber ich krieg da wahrscheinlich keine kuhfarben ja kriege ich ja nirgends hin und das hier ist die ausgraben städte gelände ist zu uneben ja und hier wäre auch gerade mal platz für eine das ist mit hier oben da können wir gar keine errichten hier auch nicht hier ist kein grün so jetzt können wir badehäuser errichten eins hier und eins hier und auch noch eine taverne das lagerhaus ist voll ja das will ich als nächstes ausbauen die stützbalken wurden verstärkt es wurde auch höchste zeit die alten waren fast gebrochen unsere arbeiter sind hungrig um fehler zu vermeiden und die arbeit zu beschleunigen würden wir es begrüßen wenn ihr uns schmackhafte wurst besorgen könntet das ist zwar jetzt nicht gerade schön gut wir haben fisch ein dieb wurde entdeckt so der dieb ist tot wir haben zeit für die wurst das ist wenigstens was gutes so ab in die kollekte wir brauchen mehr geld um das lagerhaus auszubauen um die Wobei ich denke, mit der Wurst lassen wir uns jetzt ein bisschen Zeit. Wir brauchen das Essen gerade selber. Wir haben ja insgesamt 20 Minuten, bevor wir schlecht gelaunt sind. Lagerhaus ausbauen. Ja, Mediziner, das drauf verkaufen. Das können wir nirgends verkaufen. Nee, das könnten wir verkaufen. Eine Eisenmine ist erschöpft. Okay. Aber Eisen haben wir noch mehr als genug. Ein Minenarbeiter findet kein Eisen mehr. Dann reißen wir die Eisenmine mal ein. Ach, schicken wir ihnen jetzt einfach mal die Wurst. So, als nächstes müsste ich die Kirche hier ausbauen und bräuchte eigentlich noch zwei Gebäude. Könnte ich hier eine Kuhfarbe errichten? Oder? Na, hier ist das Gelände wieder zu uneben. Und hier auch. Nee. Beizen würde auch nichts bringen. Bin ja froh, dass ich die Schafe unterbringen konnte. Gucken wir uns nochmal um. Wo könnte... Hätte ich genug Grün? Hier habe ich keine... Hier ist alles zu uneben und alles. Hier sind meine Jagdgründe im Weg. Also ja, wie gesagt, ich könnte das Territorium... Das Territorium besser noch einnehmen. Gucken wir mal, welches von beiden Wünschstiger ist. Und mir noch mehr Jagd... Mir noch mehr Wild holen. Und noch eine weitere Metzgerei errichten. Haltet die Augen offen. Jawohl. Verstanden. Hier werden halt wieder Löwen. Okay, das Gebiet kostet 500 und das Gebiet hier unten. Unsere Arbeiter sind mit der Wurst sehr zufrieden. Nun sind sie gestärkt und begierig darauf, für euch nach der Insignie zu graben. Auf euren Befehl. Eine Krankheit geht unter unseren Arbeitern um. Bitte schickt uns Medizin. Kranke Arbeiter begehen oft verhängnisvolle Fehler. Ein Karren wurde ausgesandt. So, den Lück haben wir in der Apotheke. Wir haben noch drei arme Häuser. Das wären wahrscheinlich die... Ja. Ach, der Bogenmacher ist reich. Auch gut. Ach, die Taverne ist noch arm. Los, mehr Saufen. Mehr Festlichkeiten. Okay, das Territorium wäre auch 500. Dann ist mir das hier an der Küste weiter weg von Sabbat lieber. Dann ist mir das hier an der Küste. Wir haben noch eine kleine�hrer Vergleiche puppe. Wir sehen uns im Laufe Adidas. Werfenist Wähler zu Allem. Ich habe��田 niemals ein 연도ии. Wir sehen uns im Hilfen. Wir sehen uns einmal. shifts, was ich bin Alicia. Wir sehen uns nicht mehr. Wir sehen unsausto. Wir sehen uns ja FEMA- Ah ja, der Fisch. Für den Fisch haben wir es gut jetzt mittlerweile. Was mich gerade so interessieren würde, in den Badehäusern arbeiten ja eigentlich Frauen. Da. Genau, die holen immer das Wasser aus dem Boden. Heiraten die auch dann Ehefrauen? Oder nehmen die gar nicht an dem Festteil? Auf euren Befehl! Sofort! So, dann holen wir sie gleich mal in dieses, äh, Kollekte. Wie ihr wünscht. Wollen unsere Bogen schützen, um die Jürgen loszuwerden. Ja, hier oben kann ich wirklich auch, kann ich Jäger und Kuhfarm errichten. Oder nur Kuhfarm. Mal gucken, wo die Kerzen hinbekommen. Die Medizin ist eingetroffen. Sie wird unser Problem beheben. Und wir werden bei den Ausgrabungen keinen einzigen Tag verlieren. Dort unten liegen Massen von Dreck und Staub. Um die Insignie unversehrt zu bergen, müssen wir auf Sauberkeit achten. Kein Problem. Ein Karan wurde ausgesandt. Verstanden. Stirnt los! Jawohl! Zum Angriff! Ein Dieb wurde entdeckt. So, Dieb tot. Es gibt kein Zurück! Wofür ich auch demnächst tot. Ein Karan wurde ausgesandt. So, Holz verkaufen. Das da könnten wir theoretisch auch ein bisschen was verkaufen. Ein Karan wurde ausgesandt. So. Ja, Fisch. Der eine Fischer versorgt uns ziemlich gut für zwei Heuchereien. Alles klar. Ei. Schon unterwegs. Bleibt wachsam! So, die Besen werden auch geliefert. Ich hab hoffentlich bald genug Holz, um das Territorium einzunehmen. Ich hab immer noch drei arme Gebäude. Ja, hauptsächlich die Apotheke, die Schwertschmiede. Ich hab nicht, das ist so. Und das ist so. Ich hab eben noch ein paar. Ich hab nicht, das ist so. Ich hab nicht. Und wir werfen.